Kirk Avevedo ist ein US-amerikanischer Schauspieler, der durch seine Rolle als Charlie Francis in der Fernsehserie Fringe Grenzfälle des FBI bekannt wurde. Leben Avevedos Eltern lebten beide in New York City. Er und sein Bruder Richard wurde auch beide dort geboren. Später zogen die Avevedos nach Bronx. Schon im Kindheitsalter entdeckte Kirk sein Interesse an der Schauspielerei. Seinen Schulabschluss machte er an der La Quadien High School of Performing Arts. Im Jahre 2005 heiratete er die Schauspielerin Kirsten Warren, mit der er ein gemeinsames Kind hat. Avevedo erhielt den Al-Mahawad für seine Rolle in dem Film Der Schmale Grat. Er war Mitgründer der Theatergruppe The Rorschach Gruppe. Filmografie Filme 1997 Kirk & Carey 1998 Der Schmale Grat 2000 Risiko Der schnellste Weg zum Reichtum 2000 Bait Fette Beute 2000 Dinner R.U.S.H. 2006 Unbesiegbar – Der Traum seines Lebens 2011 Der jüngste Tag – Das Ende der Menschheit 2014 Planet der Affen Revolution Serien 1997 zu 2003 O.Z. Hölle hinter Gittern 2001 Tört Wash – Einsatz am Limit 2001 Band of Brothers – Wir waren wie Brüder 2003 Fast Lane 2005 zu 2006 Law & Order Trial by Jury 2005 2013 Law & Order Special Victims Unit 2006 2006 Vegas Vegas The Walking Dead 2013 Person of Interest 2013 Blue Bloods Crime Scene New York 2015 12 Monkeys 2 1 1 2 3 3 3 7 8 8 9 9 9 10 Untertitelung des ZDF, 2020